Hallo und herzlich willkommen zu Plenty Plants. Mein Name ist Patricia und wir schauen uns heute mal an, wie wir diese wunderschönen Alokasien über den Winter bekommen und sie, wenn es geht, so wunderschön bleiben, wie sie es im Sommer waren. Erst einmal die Info. Das hier gilt tatsächlich nur für Leute, die ihre Alokasien im Winter unter anderen Bedingungen stehen haben als im Sommer. Heißt, ihr habt eure Alokasien nicht bei der gleichen Temperatur wie im Sommer, nicht bei dem gleichen Licht wie im Sommer, weil ihr eben keine Zusätze benutzt, keine Heizmanden benutzt und so weiter. Ihr habt eure Alokasien quasi einfach frei im Raum stehen und deswegen kriegen sie mit, wann Winter ist. Und für genau euch gibt es jetzt quasi hier einmal so eine Anleitung, was wichtig ist, damit es dabei bleibt, dass sie gut aussehen. Und wenn es geht, nicht nur gut aussehen, sondern hier kommt nämlich dann am Ende der extra Tipp der Tipps. Ganz, ganz viele Knollen über den Winter bis zum Frühling produzieren, damit ihr dann direkt anfangen könnt, wenn es soweit ist, die Knollen aufzuziehen. Für den Fall, dass ihr noch nicht wisst, wie man Knollen von Alokasien aufzieht, verlinke ich euch hier oben mal ein Video. Da erkläre ich ganz genau, wie ihr das Ganze bewurzeln könnt und zum Austreiben bringt. Aber jetzt erst einmal zum Thema Winter. Ach, es ist meistens ziemlich ärgerlich, denn sobald es dunkler wird und kälter, fangen unsere Alokasien an, ein bisschen zu meckern. Die eine oder andere kriegt ein gelbes Blatt, die nächste lässt es Köpfchen hängen. Da gibt es verschiedene Merkmale, die uns zeigen, dass hier eine Veränderung ansteht. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, diese Veränderung zu überbrücken. Und Nummer eins, einer der wichtigsten Punkte im Winter bei Alokasien ist, so wenig gießen wie möglich. Ihr haltet tatsächlich eigentlich nur die Wurzeln am Leben und sorgt nicht zwingend dafür, dass sie, weiß Gott, wie gewässert ist. Denn das geht schnell schief. Ja, also während ihr zum Beispiel im Sommer, und das erkläre ich ja auch in meinem Video, regelmäßig gießt, das Ganze schön feucht haltet, damit die Alus wachsen können, ist es im Winter genau das Gegenteil. Ist natürlich bei den meisten Pflanzen so, dass man das Gießverhalten ein bisschen reduziert. Na, versucht das ein bisschen im Kopf zu behalten. Ich habe jetzt schon Nachrichten gekriegt, dass der ein oder andere Probleme hat. Und natürlich liegt es oft am, ich gieße weiter, wie ich im Sommer gegossen habe. Ich habe mir damit auch schon eine Menge Wurzelfäule eingehangen. Also, ich bin da komplett bei euch. Aber genau deswegen mein Tipp Nummer eins an dieser Stelle für den Winter, wirklich Alokasien nicht zu viel gießen. Die dürfen ruhig fast austrocknen. Das ist überhaupt kein Problem. Am besten ist dann Tipp 2 zu befolgen. Wenn ihr gießt, düngt ihr die Alokasien nicht. Das ist ganz wichtig, denn zum einen ist Dünger für eine Pflanze, die bereits trocken ist, eher schädlich. Die Salze greifen die Wurzeln an, um das mal einfach auszudrücken. Wenn ihr also unbedingt düngen wollen würdet, müsstet ihr erstmal leicht angießen, bevor ihr das macht. Und jetzt aber der Punkt, der sehr wichtig ist. Wenn ein neues Blatt kommt, ja, also die meisten werden jetzt nicht weiß Gott wie viele Blätter über den Winter bekommen. Wenn aber irgendwie eins in den Startlöchern steht, dann müsst ihr düngen. Ja, auch im Winter. Das ist dann ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, versucht dann das Substrat erst ein bisschen anzufeuchten. Zum Beispiel durch eine Sprühflasche. Das mache ich ganz gerne. Einmal so ein bisschen feucht machen, dann ist es auch nicht nass. Und dann ganz leicht mit dem Dünger drüber oder vielleicht sogar über Blattdüngung lieber versuchen. Dann müsst ihr gar nicht erst ans Substrat und müsst nicht riskieren, dass diese Wurzeln durch die extra Düngergabe dann irgendwie verbrennen, weil das Substrat eigentlich zu trocken ist, um gedüngt zu werden. Und diese zwei Tipps sind eigentlich schon das Allerallerwichtigste. Also wirklich das A und O. Tipp Nummer 3 ist, versucht sie so hell zu stellen wie möglich. Da wird es aber schwierig, denn die stehen nicht auf Heizungsluft. Unsere hellsten Orte sind aber für gewöhnlich meistens an den Fenstern. Und was ist auch an den Fenstern? Meistens die Heizung. Also keine Ahnung, vielleicht hat irgendwer eine totschicke Wohnung von euch, wo das alles ein bisschen anders designt ist. Aber im Normalfall ist das so. Heizung, Fenster, das ist zusammen. Und dementsprechend sind die hellsten Plätze unserer Wohnung eigentlich nicht so gut für Alokasien im Winter. Einfach wegen der Heizung. Das kann man natürlich ausgleichen. Ja, also wir können eins mit einem Zusatzlicht für mehr Licht sorgen, damit das nicht weiß Gott wie die Stromkosten sprengt. Und alle Alus schön zusammenstellen den ganzen Winter und dafür sorgen, dass die, die am wenigsten Licht brauchen, da müsst ihr euch natürlich mal ein bisschen erkundigen, einfach googeln. Das findet ihr raus. Gar kein Ding. Die stellt ihr nach außen des Lichtkegels. Die brauchen eigentlich so viel. Und die, die ganz, ganz viel brauchen, die kommen schön in die Mitte des Lichtes. Und dann habt ihr die eigentlich mit einem Licht, je nachdem wie viele Alokasien ihr habt, ne. Ich weiß ja nicht, wenn ihr eine ganze Farm zu Hause habt, wird das natürlich schwieriger. Aber grundsätzlich habt ihr die damit dann eigentlich schon alle versorgt. Da gibt's, ne, zum Beispiel von Fenso die Lampen mit 18 Watt. Das geht schon noch. Es gibt aber bestimmt auch günstigere Alternativen, die ausreichen werden. Also es geht ja nur darum, sie über den Winter zu bringen. Wenn ihr aber sagt, und das verstehe ich sehr gut, ich muss mir hier auch überlegen, wie ich reduziere, was den Strom hier angeht. Wenn ihr aber sagt, nee, kein Zusatzlicht, ich möchte, dass meine Alus eben doch am Fenster stehen, wie mache ich das jetzt? Da habe ich dann richtig, richtig guten Tipp für euch. Stellt die Alokasien auf die Heizung. Außer ihr habt die Heizung jetzt auf vier stehen oder sowas, was in diesem Winter wahrscheinlich eh keiner machen wird. Aber falls doch, dann, ne, bei vier bitte nicht mehr auf die Heizung stellen, dann verbrennt euch da alles. Das ist jetzt aber ein ganz wichtiger Punkt. Wir sagten es gerade, die Alus mögen Heizungsluft nicht, die Trockene. Was machen wir? Ihr könnt die wirklich nur auf die Heizung stellen, wenn ihr alle Töpfe eng aneinander stellt und dafür sorgt, dass keiner der Stiele die Hitze von unten abbekommt. Denn dann werden die weich und das Blatt knickt einfach ab. Ja, das ist zu viel Wärme und zu trocken für die. Deshalb, falls ihr das nicht hinkriegt, dass alle schön zusammenstehen auf der Heizung, dann macht ihr darunter Untersetzer und füllt die mit Wasser. So sorgt ihr auch direkt für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit in eurer Wohnung im Winter. Also super praktisch eigentlich. Was ihr auch machen könnt, ist die Pflanzen natürlich auf die Fensterbank stellen. Hier wird es allerdings schwierig, denn eure Fenster sind kalt. Alokasien mögen es nicht kalt. Ja, also da müsst ihr dann auch ein bisschen drauf achten und mal schauen, wie gut sind eure Fenster eigentlich gedämmt oder sind sie es eben nicht, wie bei mir. Also bei mir kommt es nicht in Frage, dass die Alokasien direkt auf der Fensterbank stehen. Sie stehen ein Stück vom Fenster entfernt und auf der Heizung. Punkt, der zu beachten ist, wenn eure Alokasien auf der Heizung stehen. Ganz wichtig, dann nicht austrocknen lassen. Sonst verbrennt euch alles. Ihr müsst die dann schon ein bisschen öfter gießen und dürft die dann auch leicht düngen regelmäßig. Aber nur leicht, ja. Also einfach, weil sie es ja wieder wärmer hat, als sie es eigentlich hätte im Winter, ist natürlich auch einfach ein bisschen mehr Wachstum da. Dementsprechend braucht sie ein bisschen mehr Nahrung und dementsprechend auch ein bisschen mehr Wasser. Das ist auf jeden Fall zu beachten. Ich würde sagen, da könnt ihr das aber tatsächlich so machen, wenn oben die ersten drei Zentimeter mit der Fingerprobe trocken sind, dann könnt ihr leicht nachgießen. Aber auch nicht durchdringend ist eigentlich nicht nötig, denn, wie gesagt, ihr habt ja unten dann wahrscheinlich auch eine kleine Wasserschale, durch die eh ein bisschen aufgesogen wird. Auch, wenn ihr das nur machen sollt, wenn ihr eine Drainage unten habt. Nicht einfach einen Topf, in dem wirklich bis unten Erde ist, in so eine Wasserschale stellen. Das ist keine gute Idee. Da sollte schon eine Drainage zwischen sein, damit die Wurzeln nicht direkt im Wasser sitzen, sondern das Ganze wirklich einfach als, ja, Luftbefeuchter quasi in billig fungiert. Was heißt denn, billig? Ich meine, die Heizung betreibt das Ding, so billig ist das ja nicht, ne? Wo wir gerade schon bei den kalten Fenstern waren. Alukasien mögen es eigentlich warm. 18 Grad solltet ihr also mindestens haben, damit die Alukasien einfach weiterhin aussehen, wie sie aussehen. Sie werden dann wahrscheinlich nicht großartig wachsen, außer eure Alus sind eh an kältere Temperaturen gewöhnt. Und wenn sie das nicht sind, was bei den meisten der Fall ist, dann ist es wirklich ratsam, mindestens 18 Grad zu halten. Denn ab 15 Grad, auf Dauer zumindest, wird es schwierig. Da ziehen die sich eigentlich wieder zurück, die Blätter gehen und, ja, dann dürft ihr bis nächstes Jahr warten, bis ihr wieder austreibt, vorausgesetzt, bis dahin stirbt euch nicht die Knolle, was bei den meisten eigentlich bis dahin passiert. Weil da muss man dann wirklich am besten nur ganz minimal einmal ansprühen und dann nicht mehr angucken, weil sonst stirbt die Knolle. Also schön darauf achten, dass die Temperaturen nicht zu niedrig sind. Ich weiß, es ist im Moment ein bisschen schwierig, das so umzusetzen. Aber die Alus brauchen das einfach. Deswegen ist das mit der Heizung vielleicht schon das Beste, was ihr machen könnt. Und dann müsst ihr euer Gießverhalten eben auch nicht so krass anpassen. Ein wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt kommt jetzt, denn der ist tatsächlich nur im Winter gegeben. Und das ist kalte Zugluft, ja. Ihr müsst darauf achten, dass eure Alokasien nicht im Zug der Fenster steht, die ihr zum Lüften öffnet. Das heißt, bei mir, ich sehe zu, dass die Alokasien unten am Fenster stehen, denn ich lüfte mit den Oberfenstern, so kriegen die nichts ab. Ich würde niemals eine meiner Alokasien hier vorne hinstellen. Denn dort würde dieser Luftzug, dieser kalte, ankommen und dementsprechend würde sie im Zug stehen. Das ist wirklich richtig, richtig schlecht für Alokasien, für viele Pflanzen, um das mal zu sagen. Ja, Kalateen sind da auch ganz, ganz empfindlich. Da wird direkt alles eingerollt und kein Bock mehr. Und bei den Alus ist es halt ähnlich. Kalte Zugluft, ein ganz, ganz großes Problem. Viele vergessen da auch ganz, ganz oft zum Beispiel, dass man mal eine Balkontür öffnet, auch im Winter. Und dass auch da oft Alokasien zum Beispiel an der Wand stehen, weil natürlich am Balkon das Licht besonders gut ist. Ihr müsst da wirklich für sorgen, dass eure Alokasien an einem Platz stehen, an dem die Temperatur immer gleich ist, damit genau da kein Ärger entsteht. Und jetzt der Tipp, den ich euch noch geben möchte, damit ihr im Sommer quasi dann kleine Babypflanzen habt, die ihr eben im Frühling aus den Knollen gezogen habt. Es gibt besonders viele Knollen von euren Alus, wenn sie Hitze von unten bekommen. Heißt, wenn ihr den Heizungstipp befolgt und das richtig macht, denkt dran, keine Stiele über der Heizung, ganz, ganz schlecht. Auch keine Blattspitzen oder so, überhaupt nicht gut. Aber wenn ihr das macht und das irgendwie gut klappt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eure Alokasien viel, viel mehr Knollen produzieren wird, bis der Frühling kommt. Und ihr habt dann dementsprechend eine richtig gute Ausbeute, die ihr im Frühling fleißig einpflanzen könnt. Und ich verlinke euch dazu auch nochmal am Ende das Video zum Thema Knollen ziehen. Falls ihr damit noch keine Erfahrung habt, da erkläre ich das alles wirklich haargenau, vom Substrat über das Gießen über alles. Also da seid ihr nicht alleine mit. Und dann sollte eigentlich hier alles für den Winter abgeklärt sein. Wenn ihr noch andere Tipps habt, was man im Winter machen kann, um Alus besser über den Winter zu bringen, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr bisher im Winter Probleme hattet, dann würde ich super gerne wissen, woran es lag. Also habt ihr genau diese Tipps befolgt und es hat trotzdem nicht gut funktioniert? Oder sagt ihr, ah, genau da war das Problem doch ein bisschen weiter gegossen und nicht so geachtet wegen der Temperatur. Also wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Tauscht euch aus in den Kommentaren. Und ja, ich würde sagen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video guckt und bis zum nächsten Mal. – Tout bis zum nächsten Mal. Without a vision. Vielen Dank.